Was bisher geschah. Der Protagonist Present machte halt den Erzeling und erhielt zwei neue Teamkameraden. Zum einen Alex677, das Nidoran, und zum anderen ein koreanisches Garaborn namens Mingbae Pong Sing, kurz Andi. Glaubt derjenige, der dieses Skript hier schreibt, wirklich, dass das lustig ist? Mein Glauben an die Menschheit. Es weg! Danach erkundet er die Erzeling-Mine und erfährt mehr über Fights. Krasse Zertrümmerers geht's. Nun geht es für den trotteligen Present in die Arena. Wird er dabei den ersten Ordnerring können oder kläglich versagen? Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part der Pokémon Bloody Platin Egglog. Wir befinden uns hier in Erzeling und werden, bevor wir die Arena machen, erstmal ein Ei uns holen. Denn wir haben im letzten Part noch einen Pokémon gefangen, und zwar Onyx. Und das können wir jetzt eintauschen, denn wir haben es ja in der Erzeling-Mine noch gefangen gehabt. Und ja, dafür haben wir jetzt einen neuen Encounter, beziehungsweise ein neues Ei. Und wir werden gleich mal die Box auswählen. Und zwar, die Box Nummer 4 kommt wieder mal dran. Okay, was ist wieder mal das allererste Mal? Äh, das zweite Mal, aber trotzdem. Wieder mal, sagen wir einfach. Aber es stimmt ja, es stimmt. Egal. Was rede ich hier wieder? Gut, die Reihe Nummer 5 kommt dran und die Spalte 5. Und dieses Mal wirklich 5, nicht wie in Part 1. Ich hab ja versehentlich und ich war ein Trottel. Ich habe die Nummer 5 hier gewürfelt und bin dann auf Nummer 6 gegangen, wo dann Poopdiepie war. Und ich hab gar nicht richtig drauf geachtet. Ich hab's nicht realisiert, bis ihr es mir in die Kommentare geschrieben habt. Und das tut mir leid, aber es ist jetzt, wie es ist. Und letztendlich ist ja trotzdem random ausgewählt worden. Ich hab's ja nicht dann irgendwie beabsichtigt gemacht. Ich wusste ja noch nicht mal, wo Glebers Ei war. Also, ja, passt es, glaube ich. Gut. Wir haben erstmal Nidoran hier, welches wir wegpacken. Und Cold Crow ist unser Pokémon. Jetzt schauen wir erstmal, ob... Oder welches... Äh, Alter, man hat... Scharfzahn. Okay, ich weiß nicht, was es ist, oder? Es müsste das Pokémon sein, was ich denke, was es ist. Habe ich das richtig formuliert? Ach, keine Ahnung. Scharfzahn, das müsste... Müsste, wenn es mich nicht ganz täuscht, ein alter Bekannter sein. Und es ist ein... Skogler. Okay, doch nicht. Ich dachte nämlich gerade an Sneebel. Und ich glaub, das ist Shiny, aber wird wahrscheinlich am Ende sowieso nicht mehr angezeigt. Ich dachte, es wäre Sneebel, aber... Ich glaub, das ist ein anderes Item. Kann das sein? Oder war es nicht auch Scharfzahn? Ach, ihr werdet mich sowieso in den Kommentaren berichtigen. Deswegen lasse ich es jetzt hier einfach mal offen. So, Cole Crow. Äh, hier R-O-W-E. Wann mal, Cole Crow mit E am Ende, soweit ich weiß, ne? Ich glaube, das war so. Ich hab's jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Ich weiß aber natürlich auch aus den Kommentaren. Ich kenn ihn ja aus den Kommentaren. Und deswegen, glaub ich, war das so, wenn es mich nicht ganz täuscht. Sonst ändere ich das nochmal im Nachhinein, falls es wirklich falsch war. Gut, Cole Crow. Dann schauen wir mal, ob das Skogler denn legal ist. Wir haben hier ein hartes Wesen. Schere, Macht als Fähigkeit und folgende vier Attacken. Ich würd sagen, wir schauen mal nach. Beziehungsweise ich schau nach. Nach einem kurzen Schnitt sehen wir, ob es legal ist. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Und Cole Crow, das Skogler, ist richtig. Ich habe ihm das Item Scharfzahn gegeben. Und ja, sonst alles beim selben wie vorher. Beziehungsweise noch schnell auf Level 12 gepackt. Und ja, Giftstachel, Kreuzschere, Erdbeam und Flügeschlag ist das Moveset, was wir hier haben. Und das ist doch ziemlich schön eigentlich. Also, ich bin zufrieden. Wieso nicht, ne? Und ich würd sagen, dann können wir jetzt eigentlich in die Arena gehen mit sogar einem sehr guten Ausgangspunkt. Ich werde Nidoran erstmal wegpacken, weil ich Cole Crow doch etwas stärker finde. Und ich würd sagen, wir gehen jetzt direkt in die Arena rein. Wieso nicht, ne? Und dann schauen wir auch direkt mal, was für Level die Arena denn so mit an den Start bringt. Und was dann vor allem der Arena-Leiter hat. Ich werde vielleicht vorher nochmal trainieren. Denn ich hab keine Ahnung, ob er am Ende sechs Pokémon haben wird. Weil es könnte tatsächlich sein. Denn Blaise Black hatte es damals. Ich geh aber auch nicht davon aus, dass Bladipladi genauso sein wird. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass er mindestens drei bis vier Pokémon haben wird. Also drei auf jeden Fall. Vielleicht sogar vier. Fünf oder sechs könnten immer noch sein. Aber das werden wir dann ja scouten sozusagen. Und Storloonio ist auf jeden Fall kein schlechter Anfang für uns. Und auf welchem Level war das? Ich hab grad nicht ganz drauf geachtet. Ich glaub, Level 14, okay? Das ist ein hohes Level. Da müssen wir tatsächlich etwas aufpassen mit unseren Pokémon. Vielleicht geh ich vorher noch etwas trainieren. Mal schauen. Ich schätze, dass ja gleich nochmal ein Rihorn kommt rein. Da können wir auch drin bleiben. Das passt auf jeden Fall. Gibt nochmal weitere Erfahrungspunkte Hilfe für den guten Einten Lurch hier. Und ja, damit ist es ein totes Rihorn. Gut, jetzt ist natürlich die Frage. Was machen wir gleich? Werden wir jetzt hier trainieren? Weil ich bin jetzt auf Level 12 mit Lurch. Rihorn ist Level 14 schon. Werde ich jetzt sogar schon vortrainieren von dem nächsten Trainer? Na, ich glaub, den nächsten Trainer können wir auf jeden Fall noch machen. Dann scouten wir nochmal seine Level. Und danach entscheiden wir weiter. Ja, genau. Was hab ich noch zu erzählen? Die Frage des Videos vom letzten Part kann ich ja noch beantworten. Und im Nachhinein, nach der Arena, möchte ich auch nochmal ganz kurz den allerersten Part etwas Revue passieren. Euer Feedback vor allem hier einbeziehen. Denn der allererste Part ist mittlerweile online. Das heißt, nachdem ich die Arena gemacht habe, werde ich auf jeden Fall darauf eingehen. So, er hat auch schon drei Punkte und also wird der Arena-Leiter mindestens drei haben. Ich glaub nicht, dass er auf einmal weniger hat oder so. Das wär etwas komisch. Gut. Auf jeden Fall, die Frage des Videos vom letzten Part war, wie gefällt euch oder wie gefallen euch diese Rückblenden? Also dieses mit dem, was bisher geschah. Und ich muss ehrlich sein, ich hab den allerersten Part schon hochgeladen. Den zweiten hab ich aber noch nicht fertig gemacht. Ich habe schon das Intro für den zweiten Part aufgenommen. Also dieses, was bisher geschah. Aber ich hab's halt noch nicht geschnitten. Das heißt, am Ende war ich vielleicht zu faul. Deswegen sage ich jetzt extra nochmal das in diesem Video und geh einfach mal davon aus, dass ich das auch als Frage des Videos von Part 3 gemacht habe. Damit ich nicht am Ende zu faul bin. Weil manchmal sieht die Faulheit. Und deswegen möchte ich, oder habe ich hoffentlich das gemacht. Und euch gefällt es hoffentlich. Ich möchte das ja noch ein bisschen austesten. Ich möchte sowieso in diesem Projekt sehr viele neue Sachen austesten, um mich zu verbessern. Und ich glaube, dass mit dem Rückblenden könnte ein richtiger Schritt sein. Mal schauen, wie es letztendlich bei euch ankommt. Ich hatte erstmal ein bisschen Angst, ob ich damit irgendwie Leute spoiler oder so. Aber, seien wir mal ehrlich. Wenn man sich spoilern lassen möchte, dann schaut man sich nicht den darauf folgenden Part an, bevor man nicht den Part davor gesehen hat. Und man sieht ja allein schon am Rahmen, ob etwas gestorben ist oder ob ein neues Pokémon drin ist. Und was, weiß ich nicht was. Also letztendlich ist es total egal. Deswegen dachte ich mir, komm, mach ich nicht, dann mach ich dann gleich diese Rückblenden. Wieso nicht? Und ja, deswegen. Also, ich werde sie vor allem, also ich werde sie trotzdem etwas spoilerfrei lassen. Also, nicht komplett spoilerfrei. Aber ich werde dann bestimmte Szenen natürlich nicht zeigen. Also, es gibt immer noch interessante Sachen dann zu sehen, selbst wenn man die Rückblende gesehen hat. Aber natürlich so ein paar Kernpunkte im Part. Zumindest ist das so der Plan. Ich habe ja bisher erst den, den, hier, das Intro sozusagen, also diese Rückblende zu Part 1 aufgenommen. Also, weiß ich noch nicht, wie es in den nächsten Parts aussehen wird. Aber das ist letztendlich mein Plan damit. Und ich mag diese Idee eigentlich. Ist natürlich auch nicht komplett meine Idee. Kennt man ja aus verschiedenen Serien im Fernsehen von damals. Das gute alte Fernsehen. Wer kennt das noch heutzutage? Oder eben auch von anderen Projekten. Aber bisher in der deutschen Szene habe ich das eher weniger gesehen. Also, wieso nicht das auch mal hier einführen? Gut, da kommt Schilderrost rein. Also, was ist das Einführen? Es gibt bestimmt irgendjemand, der das schon gemacht hat. Ich möchte jetzt hier nicht diese Lurbeeren pflücken und sagen, Ja, das war alles meine Idee. Oh, ich bin so toll. Nein. Auf jeden Fall nicht. Alter, Schilderrost mit Protect. Ja, das hilft mir auf jeden Fall sehr. Aber jetzt, jetzt sieh mal, schau mal hier. Guck mal. Ich möchte ja nicht fies sein, aber du bist vierfach schwach gegen Erdbeben. Und deswegen tut es mir leid, das sagen zu müssen. Aber das war es leider mit deinem Leben. Tschüss, Schilderrost. Tschüss. War eine schöne Zeit mit dir? Eigentlich nicht. Es war eine sehr kurze und traurige Zeit mit dir. Was hast du schon gemacht? Bitte Schutzschild einsetzen. Beim zweiten Mal hast du es nochmal versucht. Dann hat es nicht geklappt. Ja. Was kannst du überhaupt? Was kannst du überhaupt? Gut, ich würde sagen, wir heilen jetzt erstmal auf. Und ich glaube, wir können tatsächlich sogar so in die Arena gehen. Ich meine, ich habe Skorgler. Ich habe Kaumalat. Und ich habe hier Dingels. Ihr wisst schon. Ihr wisst, was ich meine. Äh, Cassie. Genau, Cassie. Natürlich. Wie kann ich ihren Namen vergessen? Und dann könnte ich jetzt eigentlich direkt in die Arena gehen, würde ich sagen. Oder Level 14 wird er wahrscheinlich haben. Ich glaube, nicht viel höher. Vielleicht Level 15 maximal. Also komm. Wir trauen uns mal was. Wir trauen uns mal was. Ich weiß nicht, ob das die richtige Einstellung ist in Bladiplatin. Ich glaube nicht. Aber ich bin lebensmüde. So bin ich halt. Nein, eigentlich nicht. Ich glaube wirklich, dass wir es ohne Probleme schaffen sollten. Weil ich habe Cassie. Ich habe Lurch. Ich habe Cold Crow. Und im Fall der Fall habe ich immer Puptipai. Puptipai rettet einen immer. Gut, ich würde sagen Cold Crow. Packen wir mal hier hin. Vielleicht ist es ja ein Doppelkampf. Also Cassie und Lurch ist glaube ich ein gutes Matchup. Ich würde aber trotzdem mal mit Cassie dienen, falls es doch ein Einzelkampf ist. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt gegen Veit ran. Willkommen. Dies ist die Arena von Erzeling. Ich bin Veit, der Arena-Leiter. Mein ganzer Stolz sind meine Gestein-Pokémon. Als Arena-Leiter erkenne ich dein Potenzial als Trainer. Aber ich muss mich von der Kraft deiner Pokémon im Kampf überzeugen. Dann schauen wir, was wir gegen Veit machen können. Dem Arena-Leiter. Der Erzeling-Arena. Er hat vier Pokémon. Gut zu wissen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein hohes Maß. Und Kabuto ist ein Lead. Das ist eigentlich kein Problem für Cassie. Cassie handelt Kabuto ohne Probleme. Maximal kann er mir Schaden machen mit Absorber. Und das wird 0% machen. So nach dem Motto. Weil es ist ein Absorber. Es ist kein Step. Und das reicht sogar fast aus zum One-Hit-KO. Lebensschuss. Okay. Würde unsere Initiative senken. Habe ich kein Problem mit. Damit können wir auf jeden Fall leben. Und dann können wir im nächsten Zug direkt auf den weiteren Server gehen. Und ihn eigentlich besiegen. Ich sehe jetzt nichts, was uns daran hindert. Tarnsteine. Die Tarnsteine. Alter. Da hat er aber richtige Streets. Das ist nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, was er hier so fabriziert. Aber schauen wir mal, was er jetzt macht. Kabuto ist schon mal dauernd sein erstes Pokémon. Und er hat noch drei weitere. Level 12 für Cassie. Sehr, sehr nice. Und was könnte er jetzt noch so haben? Vielleicht auch ein Stalunior. Wie der allererste Trainer hier in der Arena. Vielleicht schon ein Stalunior. Was glaube ich nicht auf diesem Level. Wäre unlogisch. Eirodactyl. Sollte ich hier rauswechseln? Sollte ich hier rauswechseln? Steinkante. Hat das Ding Steinkante auf dem Level? Ich glaube nicht. Flügelstark wird es auf jeden Fall haben. Sonst. Ich könnte eigentlich auch in Cold Crow gehen. Warte mal. Hat es die Steinkante drauf? Nee, ne? Cold Crow könnte ich einsetzen. Oder ich könnte direkt in Kaumannath gehen und auf Steinkante gehen, ne? Ja, das könnte ich eigentlich machen. Walband, Steinkante. Das sollte eigentlich dann ein totes Eirodactyl sein. Ich sehe jetzt nicht wirklich etwas, was mich daran hindert. Steinkante würde ich resistieren im Fall der Fälle. Flügelschlag würde ich gar keinen Schaden bekommen. Es ist ein Kaumannath. Und sonst. Was kann er noch für Coverage Moves haben auf diesem Level Level 14? Das sollte schon passen. Steinkante kommt. Warte. Eiszahn? Wieso hat das Ding Eiszahn? Nein. Kaumannath. Ich sehe doch jetzt hier nicht richtig. Das Ding hat Eiszahn? Ja, nice. Dann müssen wir direkt wieder in Cassie gehen, oder wie? Warte. Wenn er Eiszahn hat, könnte er auch Donnerzahn haben. Aha. Wir wechseln in Pupipi. Und hoffen, dass wir vielleicht einen Spezialangriffsboost bekommen. Und dann einen Donnerblitz abfeuern können. Wieso hat das Ding Eiszahn? Aha. Natürlich ein Angriffsboost. Ach, komm schon. Das ist doch richtig overpowered. Wieso? Damit hätte ich möglicherweise rechnen können. Aber nein, eigentlich nicht. Aber okay, gut. Es ist ein Hack. Also, Flügeschlag, das solltest du aber gut tanken. Crit. Haha. Bitte, meine Nerven. Meine Nerven. Bitte. Lass meine Nerven in Frieden. Natürlich reicht das nicht aus. Ja, wir setzen. Wir haben keinen Supertrank, ne? Das Ding, hat das Ding Verfolgung? Oh, wenn das Ding jetzt auch noch Verfolgung hat. Am liebsten würde ich mich jetzt wieder rauswechseln. Er wird auf einen Flügelschlag gehen. Ja, das ist echt gefährlich. Ich gehe in Cassie raus. Flügelschlag, wird ein bisschen Schaden machen. Ja, ich glaube, ich gehe in Cassie raus. Ich gehe in Cassie raus. Hoffe einfach mal, dass er keinen Donnerzahn hat. Komm schon, bitte. Da kommen die Tarnsteine. Er setzt einen Trank ein. Okay. Okay. Ich heile mich jetzt erstmal ein bisschen gegen mit den Überresten. Wir gehen jetzt hier auf Surfer. Er hat Donnerzahn. Bitte. Das reicht nicht aus. Finion ist bulky. Du hast ein kühnes Wesen. Das reicht nicht aus. Okay. Surfer, bitte reich aus. Bitte. Bitte reich einfach aus. Bitte. Das reicht nicht aus. Ich kann mich nicht gegenheilen, oder? Er könnte aber jetzt vielleicht hier einen Trank einsetzen. Wenn er jetzt hier auf den Donnerzahn geht. Was können wir hier raus, äh, rein wechseln? Wir haben halt keinen Supertrank. Das ist das, was uns ein bisschen Probleme bereitet. Ach, komm schon. Wir müssen vielleicht wieder was opfern. Okay, Cassie, heilen wir jetzt erstmal auf. Ich speed jetzt hier ein bisschen. Jetzt mit den Überresten zusammen Flügelschlag. Das ist sehr nice. Das ist sehr, sehr gut. Okay, das macht trotzdem super viel Schaden. Das ist trotzdem super, super viel Schaden. Ich muss eigentlich schon fast Cold Crow opfern. Ich möchte es eigentlich nicht machen, aber ich brauche auch Cassie in meinem Team. Cold Crow, muss ich dich opfern? Wahrscheinlich, ne? Ich wechsle jetzt erstmal in Cold Crow. Um Cassie aufzuheilen. Und ich hoffe jetzt einfach mal, vielleicht geht er nicht auf Eistann. Vielleicht misst er. Ich möchte einfach... Ach, komm schon. Selbst wenn ich jetzt hier noch trainiert hätte, hätte es, glaube ich, keinen Unterschied mehr gemacht. Keinen großen. Man muss halt mit Eistann rechnen. So Cassie, wir heilen Cassie einfach mal auf. Und hoffen, dass er jetzt hier Predicted vielleicht mit Eistann misst. Oh nein, er geht auf Eistann. Bitte, ich kann nicht hinschauen. Bitte stirbt nicht. Bitte, Skorgler. Ja, natürlich stirbt es. Okay, ein Donnerzahn tank ich mit Cassie. Wir gehen jetzt hier auf Cassie. Und werden einen Surfer abfeuern. Und hoffentlich Eiodactyl besiegen. Bitte crit mich jetzt nicht. Wehe, du crittest mich. Donnerzahn, ich kann gar nicht hinschauen. Ich kann gar nicht hinschauen. Und ich muss hinschauen. Kein Crit. Kein Crit, keine Para. Surfer kommt ein Eiodactyl ist tot. Ah. Er hat noch zwei Pokémon. Das war aber wahrscheinlich sein stärkstes, oder? Hoffentlich, hoffentlich. Sagt mir jetzt nicht, dass er noch ein Eiodactyl hat. Auf Level 16 am besten noch. Level 13 für Puptipai. Okay, was hat er noch? Was könnte er noch haben? So, ein bisschen Heilung mit Cassie. Cognodon. Wir können dagegen drin bleiben, oder? Wir sollten sogar schneller sein und auf Surfer gehen können. Aber ich möchte es nicht riskieren. Also gehe ich erstmal auf den Trank. Ja, ja, nee. Er ist auf Level 13. Ich möchte wirklich nichts riskieren. Ich gehe jetzt hier erstmal auf den Trank. Auf Cassie. Heil erstmal auf. Und besiegt dann hoffentlich in der nächsten Runde Cognodon. Was kann er mir machen? Vielleicht Kopfstoß? Aber nein, das wird er jetzt hier nicht auf dem Level können. Okay, Kopfstoß. Das passt aber, glaube ich. Ja, das passt. Das passt auf jeden Fall. Gut, gut, gut. Gut, das Gute ist nämlich, dass Cassie physisch liefensiv ist. Deswegen brauchen wir sie auch auf jeden Fall, damit wir einen Tank für solche starken Hitter haben. Und Surfer kommt. Wir sind schneller und das sollte eigentlich ein totes Cognodon sein. Es hat keine Robustheit natürlich. Es hat keinen Fokusgut glücklicherweise. Damit ist es besiegt. Sehr nice. Okay, was hat er noch? Was hat er noch? Bitte. Bitte sagen wir jetzt nicht, dass er noch irgendwas Schlimmes hat. Ich möchte nicht noch was verlieren. Das ist so dumm. Schon zwei Pokémon verloren. Anorid. Okay, 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 okay. Ich würde sagen, Cassie kann das handeln. Cassie handelt das. Weil Anorid nichts kann. Denke ich zumindest. Kann es irgendwas, was mir gefährlich sein kann? Ich glaube nicht. Wir gehen einfach auf Surfer. Wir überlegen hier nicht lange. Aquapaknarr ist mir egal. Wir gehen jetzt hier einfach auf Surfer und hoffentlich macht das ein True-It-K.O. Aber eigentlich schon. Es ist nur ein Anorid. Wir sind ein Phineon. Und es ist Stab und es reicht aus. Okay, 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 okay. Das war es mit dem Arena-Leiter. Wir haben aber zwei Pokémon verloren. Und dabei auch noch einmal ein Newcomer. Und einmal ein Kaumalad. Ein Kaumalad. Regentanz will ich das reinnehmen. Ich glaube, ich nehme das sogar für Bitterkurs erstmal rein. Weil Bitterkurs finde ich nicht so wichtig. Weil es könnte missen und so weiter. Und Regentanz kann ziemlich cool sein. Oh nein. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Coal Crow. Es tut mir leid, Lurch. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich wollte euch nicht sterben lassen. Aber dann kam dieses Eis-Tan-Aerodactyl. Was hätte ich machen sollen? Wie will man das prädikten? Ja gut, vielleicht... Ich weiß nicht, ob das so offensichtlich war. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber es ist, wie es ist. Wir müssen jetzt damit leben. Zwei Pokémon sind gestorben. Erster Arena erst. Und ja, ich glaube, das ist nur der Vorgeschmack auf diesen Hack. Das ist nur ein Vorgeschmack auf diesen Hack. Gut. Wir werden nun diese beiden Pokémon hier begraben. Wir werden den beiden die letzte Ruhe geben. Und hoffentlich wird es passen. Ich hoffe einfach mal... Ach, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was ich hoffen soll und was nicht. Wir werden jetzt erst mal die beiden auf die Friedhofsbox packen. Also hier, zack, Friedhof. Unsere Box hier, zack, Friedhof. Genau, also genau. Zwei Mal, zack, Friedhof. Uns am besten noch wiederholen. Friedhof. Und dann können wir die beiden hier raufpacken. So, Team-Pokémon. Und dann packen wir jetzt hier... Äh, hier genau. Lurch rauf. Wobei ich vorher noch das Item ihm wegnehmen werde. Und zwar Item nehmen. Wahlband nehmen natürlich. Und hier noch das Item Schafzahn. Und wir werden versuchen, das Vermächtnis von Lurch und Kowkrow fortzuführen. Vor allem natürlich Skaraborn. Ich hoffe mal, dass Skaraborn mit dem Wahlband, weil wir ihm jetzt das Wahlband geben werden, die Arbeit irgendwie übernehmen kann, die Kamala hat eingenommen hat fürs Team. Ach ja, das ist traurig. Aber wir können immerhin gleich einen neuen Encounter uns holen. Wir haben noch Nidoran auf der Box, was ich mir auch gleich wieder reinpacken werde. Und dann haben wir immerhin wieder ein volles Team. Aber trotzdem, natürlich, es ist traurig. Und ja, es ist, es ist wie es ist. Ich kann jetzt nichts mehr machen. Ich kann die Zeit leider nicht mehr zurückspulen. Genau, die Light. Die Light kann ich nicht mehr zur... Ja, egal, ich wollte gerade lustig sein. Ich lasse es einfach. Ich lasse es einfach. Ach ja, ich bin nicht lustig. Das haben wir alle schon irgendwie geklärt. Gut, ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal auf jeden Fall einen Supertrank. Das brauchen wir. Und auch normale Tränke. Sind natürlich sehr wichtig. Also erstmal vielleicht noch 10 Pokébälle. Denn wir haben kaum mehr was. Und dann können wir nochmal einen Premier Bay dazu bekommen. Dann hier 4 Tränke. Und 2 oder 3 Supertränke. Und vielleicht noch ein Gegengift. Sicher, sicher. Und ich würde sagen, wir können uns jetzt nun einen neuen Encounter holen. Und hoffentlich ist es was Gutes. Auf jeden Fall sollte es ein guter Ersatz sein. Ich hoffe es zumindest. Ach, es ist... Ich schaue jetzt nach vorne. Ich muss nach vorne schauen. Ich glaube nicht, dass die beiden es gewollt hätten, wenn wir die ganze Zeit ihnen hinterher trauern. Ich glaube es nicht. Wir müssen jetzt nach vorne schauen. Da kommt nach Hollow. Und das können wir direkt fangen. Und es dann eintauschen. Hoffentlich nach Hollow. Da können wir, denke ich mal, Eistrahl gegen einsetzen. Das sollte ihn nicht besiegen. Eigentlich nach Hollow, bitte. Ja, okay. Du tankst das. Sehr nice. Karte schlagt, macht keinen Schaden. Perfekt. Und dann können wir jetzt einen Ball einsetzen. Und zwar einen ganz normalen Pokéball. Und dies nach Hollow besiegen. Sehr, sehr gut. Äh, nicht besiegen. Dies nach Hollow besiegen. Genau. Das wäre super gewesen, ne? Nein. Diesmal nach Hollow einfangen. So, jetzt holen wir uns erstmal das Item hier. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da rechts auch ein verstecktes Item ist. Erstmal hier ein Pokéball. Wow. Okay, super. Und hier ist ein Makuhita. Okay. Damit können wir leben. Aber wir fliegen trotzdem. Und wir haben hier noch ein Pokéball. Okay. Gut. Hier überall Pokébälle. Lass uns erstmal hier von dieser Route wegkommen. Ein Funpi. Komm, das ist Snack-Rap für Cassie, oder? Komm. Tschüss Funpi. Oder doch auch nicht. Aber jetzt. Und dann bekommen wir vielleicht sogar ein Level. Okay, doch nicht. Ich dachte vielleicht, weil er 3 Level über uns ist oder so. Aber nein. Natürlich nicht. Gut. Ich würde sagen, wir können uns nun ein neues Pokémon schnappen. Und hoffen einfach mal, dass es was Gutes sein wird. Die Hoffnung stirbt zuletzt. So, Pokémon bewegen. Und dann werden wir einmal Macholo nehmen und es austauschen gegen folgendes Ei. Ich werde direkt mal würfeln. Die Nummer 2 kommt dran. Box 2. Dann haben wir die Nummer 1 und die Reihe 6. Äh, die Spalte 6. Und das ist die richtige Spalte. Nicht wie letztens mit Poopie Pie. Wie gesagt, das war echt ein bisschen dumm. Der blöde Fehler. Aber passt schon. Äh, ich hab jetzt gar nicht drauf geachtet, was wir überhaupt uns reingeholt haben. Und was für ein Item das trägt. So, zack. Was für ein Item trägst du denn? Du trägst gar kein Item. Okay, Yoloboy. Yoloboy, merken wir uns. Dann werden wir Yoloboy ausschlüpfen und hoffen, dass es was Gutes ist. Mal schauen. Ich weiß, dass Yoloboy auch in der Blaze Black ein Glockenei eingesendet hat. Und da war es ein Plinfer. Hier ist es wieder ein Plinfer. Yoloboy, das Plinfer. Und ja, das ist doch eigentlich ziemlich gut. Aber wir haben Cassie. Also glaube ich, ich werde erstmal Yoloboy nicht verwenden. Vor allem, weil ich eben Pokémon verwenden möchte, die ich noch nicht unbedingt verwendet habe. Und ich hab Empolion schon mal in der Pokémon-Liga von Blaze Black verwendet. Und deswegen, ja, empfehle ich euch sowieso, wenn ihr schon mal ein Ei eingesendet habt und das schon mal dran kam, beim nächsten Mal was anderes einzusenden. Denn dann ist es ein bisschen mehr Vielfalt für euch Zuschauer und natürlich auch für mich. Und dann werden wir direkt mal Yoloboy erstmal auf die Box packen. Beziehungsweise nein, ich behalte es erstmal in meinem Team. Vor allem muss ich sowieso nachschauen, ob es richtig ist. Das habe ich total vergessen. Also schauen wir direkt mal nach. Ist denn Yoloboy überhaupt richtig? Vielleicht sehen wir schon mal hier, ob die Fähigkeit drin ist. Hier und hier ist drin. Aber sehen wir uns nach einem kurzen Schnitt wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Und Yoloboy, das Flintfa ist richtig. Und ich werde es trotzdem nicht direkt verwenden. Vor allem, es hat ein mäßiges Wesen und die vor allem Kaskade drauf. Okay, cool. Oder so, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Wieso nicht direkt an Surfer? Aber okay. Auf jeden Fall werde ich lieber Cassie erstmal verwenden, weil wir brauchen eher ein defensiveres Pokémon. Und die würden sonst ein und dieselbe Rolle erfüllen. Aber Flintfa hat halt kein physisch defensives Wesen. Es hat keine guten Attacken jetzt wirklich aus der Kaskade. Deswegen bin ich jetzt auch erstmal für Cassie. Vor allem, weil Cassie schon auf Läufe 13 ist und bisher schon sehr gute Arbeit gemacht hat. Vor allem in der Arena. Nach der Arena sowieso MVP überhaupt. Hups, present. Du hast den Ohr und bekommen. Was? Also auf jeden Fall für die Arena. Warte mal. Machen wir jetzt hier wirklich einen Rivalenkampf. Okay, du willst so sprinten. Alles gut. Alles okay. Gut, gut, gut. Ich hatte gerade schon Angst. Ich werde erstmal ganz kurz vorher nochmal aufheilen. Merke ich gerade. Das habe ich noch vergessen. Und dann werde ich auch nochmal ganz kurz hier den allerersten Part etwas Revue passieren beziehungsweise auf euer Feedback eingehen. Denn der allererste Part ist mittlerweile online. Und ich möchte mich erstmal bei diesem starken Support bedanken. Der war wirklich unglaublich. So viele liebe Kommentare. Vor allem zu den Grafiken. Das ganze Feedback. Diese ganzen netten Worte. Viele Leute haben wirklich sehr viel Positives zu den Grafiken geschrieben. Das freut mich natürlich, weil ich investiere sehr viel Zeit in das Grafikdesign. Und möchte natürlich, dass es ansprechend aussieht. Und wenn es letztendlich am Ende glückt, dann bin ich noch glücklicher über das Ganze. Und das freut mich auf jeden Fall. Das freut mich. Gut. Warte mal. Erstmal überlege ich gerade. Hier haben wir doch hier schon Pokémon gefangen. Da ist alles okay. Und hier sind wir noch gar nicht durchgegangen. Also können wir eigentlich vor allem Zertrümmerer. Warte mal. Kann Plinffas vielleicht erlernen? Ne, kann es nicht. Will ich ihm das beibringen? Nidoran. Weil ich glaube, ich werde Nidoran nämlich nicht mit ins Team reinnehmen. Kann ich mir das ziemlich gut vorstellen. Deswegen werde ich jetzt erstmal Nidoran hier den Zertrümmerer geben. Wobei, ich weiß nicht. Vielleicht nehme ich Nidoran doch mit rein. Aber ich bin mir noch etwas unsicher, denn es muss mich erst überzeugen, was es in der vierten Gen so kann. So, Erzterling Tor. Warte mal. Ist das immer noch das Erzterling Tor? Also ist es dasselbe? Okay. Ist immer noch dasselbe. Gut. Erzterling Tor. Dann müsste doch jetzt hier irgendwo noch irgendwas sein. Vielleicht irgendwie ein Pokémon, ein Pokéball oder so. Oder was ist hier? Ich weiß gar nicht, was das überhaupt hier für eine Route ist. Die kommt mir jetzt überhaupt nicht bekannt vor. Und was ist Level 19? Okay. Ich gehe hier direkt raus. Ich gehe hier direkt raus. Stopp. Keine Trainerkämpfe machen. Direkt hier raus. Ich möchte jetzt hier nicht sterben an einem random Trainer, weil er Level 19 Pokémon hat. Direkt raus. Auch wenn hier Items sind, ich möchte jetzt hier wirklich nicht sterben. Das werde ich mir für später aufbewahren. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen ja auch erst später hin. Also lassen wir das jetzt einfach mal und gehen hier raus. Ich werde hier immerhin das Kleinstein besiegen. Und ja. Auf jeden Fall. Vielen Dank erstmal dafür. Vielen Dank generell für diesen Hype, der sozusagen aufgebaut wurde. Allein durch die Kommentare. Das freut mich einfach sehr und das motiviert mich sehr. Und auch zu dieser ganzen Sache mit dem Like-Goal kam eher positives Feedback. Wobei. Gut. Ich habe noch nicht die Frage des Videos vom zweiten Part gesehen. Also die Antworten darauf. Deswegen werde ich noch vor allem darauf abwarten. Aber sonst bisher, was ich gelesen habe, war eher positiv. Natürlich gab es auch kritische Kommentare. Und darauf möchte ich auch gleich ganz kurz eingehen. Und was wird der jetzt? Okay. Der will nichts Besonderes. Gut. Bisschen Lebel-Story. Interessiert keinen. Denn naja. Auf jeden Fall. Wie gesagt. Da gab es auch ein paar kritische Kommentare. Manche können sich damit nicht ganz anfreunden. Ich will nur erstmal sagen. Das ist sowieso ein Test. Also ich sage nicht, dass es immer so sein wird, dass ich sowas machen werde. Ich möchte das erstmal austesten. Und dann schaue ich mal, ob ich das in der Zukunft weitermachen möchte. Vor allem natürlich Feedback. Wenn euch das gar nicht gefällt, habe ich gesagt. Dann werde ich es auch lassen. Auf jeden Fall. Und bisher, wie gesagt, eher positives Feedback dazu. Und ich kann. Also ich sehe da immer noch keinen großen Nachteil hinter. Weil letztendlich ist er Vorteil für euch Zuschauer. Und für mich. Weil tatsächlich. Auch wenn es blöd klingt vielleicht. Na wobei. Wieso soll das blöd klingen? Und ich werde jetzt hier nicht darauf eingehen. Hier ist ein bisschen Galaktik. Bla bla bla. Und ich werde gleich die besiegen. Wenn ich gegen die kämpfen muss. Na auf jeden Fall. Ist es nämlich so, dass. Natürlich. Durch dieses Like-Goal. Oder wie auch immer. Werden Leute dazu angereizt. Eine positive Bewertung dazulassen. Aber ich gehe einfach mal davon aus. Dass es Leute sind. Denen das Video dann auch sowieso gefällt. Weil sie sonst. Weil sie eben mehr haben wollen. Und. Dementsprechend. Motiviert mich das automatisch. Ich könnte natürlich jetzt auch sagen. Ich lade jetzt einfach so. Jeden Tag ein Part hoch. Weil ich habe ja auch letztens auf Twitter geschrieben. Alter. Ich bin jetzt super motiviert. Allein durch dieses krasse Feedback. Durch euch. Oder von euch. Dann könnte ich ja eigentlich auch direkt. Jeden Tag ein Part hochladen. Wieso nicht. Wenn du sowieso motiviert bist. Wieso achtest du dann darauf. Aber letztendlich ist es so. Dass. Viel natürlich durch dieses Like-Goal kommt. Und. Dadurch auch gleichzeitig Motivation steigt. Letztendlich ist es eine Zahl. Aber wenn du dann siehst. Dass so viele Menschen. Es dann anscheinend doch irgendwie gefällt. Was du da machst. Dann motiviert dich das umso mehr. Und dann möchtest du. Einfach weitermachen. Und dann hat man einfach viel mehr Spaß. Als ohnehin schon. Und das ist eigentlich normales. Also das ist einfach das im Gehirn. Das ist normal. Das ist eben dieses. Diese Belohnungsfunktion im Gehirn. Wie auch immer. So funktioniert das Gehirn. Das ist eben. Wenn viele Leute. Etwas toll finden. Und es so zeigen. In Form von einer positiven Wertung. Das ist ein natürlich. Noch mehr freut. Oder noch ein. Noch ein mehr motiviert. Und deswegen. Werde ich das jetzt erstmal. Diesem Projekt so weitermachen. Aber schauen. Ob ich das. In anderen Projekten lasse. Und ich sehe jetzt hier. Das gerade. Die ist auf Level 19. Was? Wie sind die hier auf Level 19? Warte mal ganz kurz. Okay. Es gibt eine Trainingssession. Nach diesem Part. Das auf jeden Fall. Wieso sind die auf so einem hohen Level? Ich verstehe es echt nicht. Ich verstehe es nicht. Was ist da los? Okay. Es ist ja alles gut. Er hat hier nur eine Kinnform. Jetzt was ich mit Eistrahl besiegen kann. Aber trotzdem. Das Level ist ja richtig hoch. Alter. Muss man hier viel trainieren. Okay. Ich muss hier aufpassen. Und muss auf jeden Fall. Offscreen sehr sehr viel trainieren. Das werde ich auf jeden Fall. Nach dem Part machen. Na ja. Auf jeden Fall. Wie gesagt. Like Goal. Werde ich jetzt erstmal. Wie gesagt. So lassen. Und dann warte ich sowieso erstmal. Eure Meinung ab. Aber dennoch. Erstmal vielen Dank. Für dieses ultra große positive Feedback. Das motiviert mich eben. Und auch wenn es so eine Zahl ist. Man muss ja auch sehen. Hinter jeder Zahl. Hinter jeder Zahl steht irgendein Mensch. Dem es anscheinend gefällt. Und das freut mich natürlich sehr. Und ja. Dann würde ich sagen. Irgendwas wollte ich noch zum allerersten Part sagen. Genau. Schneiden werde ich weiterhin. Denn da haben viele sich dafür geäußert. Und natürlich. Das mit Poopdiepie war etwas blöd. Dass ich Porygon gewählt habe. Weil eigentlich war es ein komplett anderes Pokémon. Was ich hätte wählen sollen. Aber also. Direkt aus der links daneben. Aber letztendlich war es ja trotzdem random ausgewählt. Also ich habe ja nicht drauf geachtet. Ist das Poopdiepie oder nicht. Sondern. Ich habe einfach. Eine random Zahl ausgewürfelt. Und bin dann versehentlich ein zu weit gegangen. Aber habe ja nicht drauf geachtet. Also es ist. Wie als hätte ich es random ausgeneriert. Aus. Rausgeneriert. Ausgeneriert. Egal. Ihr wisst was ich meine. Modekoffer. Da wollen wir auf jeden Fall. Sehr viel mit anstellen. Denn ich möchte meine Pokémon. Mit ganz vielen Accessoires beschmücken. Das freut mich natürlich. Vielen vielen Dank. Oh Mann. Gut. Das war es dann hier von diesem Part. Hier ist viel passiert. Sehr viel Trauriges. Hoffentlich aber auch sehr viel Schönes für euch. Wer weiß. Wer weiß. Mal gucken. Wenn es richtig verhindert. Ich freue mich wie immer über Feedback. Natürlich auch Kommentare. Sind sehr wichtig. Deswegen. Schreibt vor allem Kommentare. Vor allem zu den Themen. Die ich angesprochen habe. Zu dem was hier mit diesem Part passiert. Und zu Fragen des Videos. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.